Ja, wir haben uns das so vorgestellt, dass Teile dessen, was wir vorstellen wollen, werden von Stefan Richter, Teile von mir vorgestellt, aber wir werden auch ein bisschen miteinander reden und dann natürlich insbesondere dann auch im zweiten Teil gerne für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Ja, fangen wir mal an. Der amerikanische Krebskongress ist eigentlich wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, immer wieder herausragende Forschungsergebnisse miteinander zu teilen, wobei man sagen muss, dass jetzt in diesem Jahr für die Sarkom-Patienten und Patientinnen keine wirklich großen Neuerungen vorgestellt wurden. Deswegen haben wir auch nur einen Teil, quasi Ergebnisse von dem Kongress uns jetzt vorgenommen, sondern wollen eher so ein paar über so ein paar grundsätzliche Fragen auch der Forschung, wohin es geht, auch besprechen und dazu ein bisschen was erzählen. Denn so die großen Durchbrüche waren jetzt eben kein Thema, sondern mehr so die Entwicklungen, dass neue Ideen vorgestellt wurden und neue Ansätze. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier weiterkomme. So, Sie wissen ja alle, dass Sarkome insgesamt sehr, sehr seltene Erkrankungen sind. Hier mal so Beispiele aus Großbritannien, wie viele Erkrankungen pro Jahr neu festgestellt werden. Es gibt ja die beiden großen Gruppen der Weichteiltumoren, das ist der rote Kreis und die kleinere Gruppe der Knochentumoren, das ist der blaue Kreis. Das heißt, insgesamt gehen wir davon aus, dass auch in Deutschland so 5000 bis 6000 Menschen pro Jahr an einem Sarkom erkranken und wie gesagt, davon der überwiegende Teil an einem Weichgibssarkom. Die Weichgibssarkome teilen sich dann wiederum in eine ganze Reihe unterschiedlicher Erkrankungen auf. Wir unterscheiden irgendwo so zwischen 50 und 100 verschiedenen Unterformen und da ist in den letzten Jahren immer klar geworden, dass das wirklich unterschiedliche Erkrankungen sind. Und man sieht hier an der Größe der Kreise, dass die in einer sehr unterschiedlichen Häufigkeit auftreten. Und einzelne Erkrankungen treten halt eben nur bei 100 Menschen pro Jahr zum Beispiel in Deutschland auf. Und das macht halt die Forschung so schwierig, da wir doch immer mehr eigentlich gerade die neuen Entwicklungen, die es jetzt gibt, halt sehr erkrankungsbezogen sehen müssen. Und halt, dass ein Ansatz, der vielleicht bei der einen Sarkomart hilft, bei der anderen Sarkomart komplett unwirksam ist. Und der Weg ist aber in den letzten zehn Jahren doch sehr dahin gegangen, dass wir erkrankungsbezogene Forschung haben und dass dort auch Durchbrüche kommen, so schrittweise. Und über die wollen wir jetzt ein bisschen reden. Ein Thema, was immer wieder letztendlich auch auf den Kongressen diskutiert wird, ist die Frage, was machen wir bei Patientinnen und Patienten, die einen Sarkom haben, welches lokalisiert ist und operiert werden kann, aber wo wir die Sorge haben, dass es sich um ein Hochrisiko-Sarkom handelt, also was vielleicht besonders groß ist oder besonders schnell gewachsen ist oder ein ungünstiger Untertyp von Sarkom ist, machen wir zusätzlich noch Therapiemaßnahmen, ja oder nein? Und da ist es so, dass durchaus verschiedene zusätzliche Therapieverfahren in Betracht kommen, wie Chemotherapie, Strahlentherapie oder auch lokale Überwärmungstherapie, die Hyperthermie. Und welche dieser Formen eingesetzt werden, unterscheidet sich sehr stark nach der individuellen Situation. Es macht natürlich einen Unterschied, ob Betroffene 40 Jahre alt sind oder 80 Jahre alt sind. Das hängt sehr davon ab, was für Begleiterkrankungen vorhanden sind, was für ein Typ von Sarkom das ist, welche Konstellationen und daraus werden dann individuelle Konstellationen ermittelt. Aber ganz oft ist es so, dass zusätzlich zu einer Strahlentherapie auch eine Chemotherapie eingesetzt wird. Und da hat sich in den letzten Jahren schon herausgestellt, dass dort die beiden Medikamente Doxorbitzin und Ifosfamid halt eigentlich der beste Standard für die meisten Sarkom-Typen ist. Da ist in diesem Jahr auf dem amerikanischen Krebskongress nochmal eine Studie vorgestellt worden, eine japanische Studie, die relativ groß war. Hier wurden zwei verschiedene Arten von Chemotherapie miteinander verglichen, nämlich das Doxorbitzin und Ifosfamid, von dem ich eben schon gesprochen habe, und eine Chemotherapie mit zwei anderen Medikamenten, die auch bei Sarkom häufig eingesetzt werden, das Gemcitabin und Storzetaxel. Und letztendlich hat die Studie, die hier vorgestellt wurde, einfach nur bestätigt, dass Doxorbitzin und Ifosfamid halt zwar ein bisschen mehr Nebenwirkungen macht, aber trotzdem eine Therapie ist, die mit einer höheren Heilungschance verbunden ist, längerfristig, sodass das für die meisten Sarkom-Typen halt der Standard ist. Das ist keine wirklich große Neuheit, aber es war halt im Rahmen dessen, dass halt eben eigentlich insgesamt nicht so viele Neuheiten vorgestellt wurden, eine der wichtigeren Vorträge, die gekommen sind. Aber es gab auch eine Studie, wo im Rahmen der Behandlung um eine Operation herum auch eine Immuntherapie eingesetzt wurde. Und Immuntherapie ist insgesamt ein ganz wichtiges Forschungsfeld, was so neue Therapien angeht. Und das gilt nicht nur für die Behandlung um eine Operation herum, sondern insbesondere halt eben auch für Patienten mit fortgeschrittenen Erkrankungen, wo der Schwerpunkt der Therapie häufig auf medikamentösen Maßnahmen liegt. Und da ist es so, dass halt in den letzten Jahren ja bei vielen anderen Erkrankungen als den Sarkomen, also zum Beispiel beim Lungenkrebs, beim Nierenkrebs, beim schwarzen Hautkrebs, ganz große Durchbrüche erzielt wurden mit der Immuntherapie. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir hierzu nochmal ein bisschen mehr sagen wollen. Und zwar ist es so, hier sieht man mal einen Tumor und die meisten Behandlungen, die wir einsetzen, wirken direkt gegen den Tumor oder die Tumorzellen. Also die Operation, damit wird der Tumor direkt entfernt. Die Strahlentherapie ist auch immer direkt auf den Tumor gerichtet. Und auch die Chemotherapie, das sind Medikamente, die direkt auf Tumorzellen einwirken sollen und die abtöten sollen. Bei der Immuntherapie ist das was anderes. Hier werden Medikamente gegeben, die das eigene Immunsystem anregen, dann den Tumor zu bekämpfen. Also das sind Medikamente, die nicht an den Tumorzellen selbst ansetzen, sondern am Immunsystem. Und damit ein ganz anderes Prinzip, was in den letzten 20, 30 Jahren halt zunehmend etabliert wurde und wo in den letzten 10, 15 Jahren halt eben doch große Durchbrüche erzielt wurden. Leider bisher für die meisten Sarkomen-Arten noch nicht. Aber trotzdem ist es so, dass hier natürlich sehr, sehr viel Forschung stattfindet. Ich möchte ganz kurz erklären, wie so die Immuntherapie funktioniert, damit sie, wenn so ein Begriff mal fällt, vielleicht, also diejenigen, die damit noch keine Berührung hatten, vielleicht verstehen, worum es geht. Und zwar ist es so, dass das Immunsystem aus ganz vielen verschiedenen Anteilen aufgebaut ist. Aber unter anderem gibt es eine Reihe von verschiedenen Zellen, die zum Immunsystem gehören und die in der Lage sind, zum Beispiel fremde Erreger, Bakterien oder Viren, aber auch Krebszellen zu erkennen und die abzutöten. Und Krebszellen können halt, weil sie natürlich versuchen wollen zu überleben, sich tarnen. Und das passiert darüber, dass die Krebszellen auf ihrer Oberfläche bestimmte Eiweiße ausbilden. Und wenn sie diese Eiweiße haben und die Zelle des Immunsystems sich an die Tumorzelle andocken möchte, um sie abzutöten, dann ist die Tumorzelle damit so getarnt, dass die Zelle des Immunsystems sie nicht mehr erkennt. Also zum Beispiel hier die T-Killer-Zelle und die Krebszelle wird nicht abgetötet. Dadurch kommt es dann halt zu einer Vermehrung von Krebszellen und das Immunsystem liegt quasi daneben herum und kann nicht viel machen. Und vor einigen Jahren ist entdeckt worden, dass man diese Eiweiße, die die Krebszelle zur Tarnung benutzt, dass man die spezifisch durch Medikamente hemmen kann, durch sogenannte Immuncheckpoint-Hemmer. Das war der erste richtig große Durchbruch in der Immuntherapie, der halt eben jetzt ganz bedeutend geworden ist. Und wenn diese an Antikörper gegeben werden, dann werden die Eiweiße, die die Krebszelle bildet, um sich zu tarnen, damit verdeckt. Die Killerzelle kann die Krebszelle wieder erkennen und kann die Krebszelle abtöten. So ist vereinfacht gesprochen quasi halt eben der Mechanismus vieler der heute in der Routine eingesetzten Immuntherapeutika. Und für Sarkome ist es leider so, dass halt eben, das hatte ich eben schon erwähnt, für die meisten Krebszelle, also für die meisten Sarkomensubtypen bisher keine durchgreifenden Erfolge erzielt wurden. Auf dem amerikanischen Krebskongress jetzt war das trotzdem ein großes Thema. Es gab sogar eine eigene Sitzung zur Immuntherapie bei Sarkomen. Aber hier war es so, dass letztendlich halt viele Ansätze diskutiert wurden, wie man Immuntherapie vielleicht besser machen kann. Aber es ist letztendlich sind nicht wirklich Daten gezeigt worden, die jetzt in der Realität für die Patienten, die bis jetzt betroffen sind, halt eben wirklich schon eine Veränderung der praktischen Ansätze bedeuten würde. Es ist so, dass in den letzten Jahren schon gezeigt werden konnte, dass bei einigen Sarkomentypen Immuntherapie ganz gut funktionieren kann. Das sind zum Beispiel die undifferenzierten Sarkome, die Angiosarkome, Alveoläre Weichgebssarkome. Aber für die Mehrzahl der Erkrankungen funktioniert Immuntherapie allein so leider nicht. Ich hatte ja vorhin das Bild gezeigt mit den verschiedenen Arten von Weichgebssarkomen. Und eine häufige Art sind die undifferenzierten Weichgebssarkome. Das sind so ungefähr vielleicht so 20 Prozent der Patienten mit Sarkomen, die so eine Erkrankung haben. Das sind relativ aggressive Tumoren. Deswegen sich immer die Frage stellt, wenn die auftreten, ob man durch eine Behandlung um eine Operation herum die Prognose verbessern kann. Hier mal die Ergebnisse mit Immuntherapie, die man erreichen kann bei Patienten mit undifferenzierten Sarkomen. Hier sieht man mal, jeder blaue Balken ist quasi die Wirkung des Medikaments auf einen spezifischen Patienten. Und wenn die Balken nach oben zeigen, dann kam es leider trotz der Therapie zu einem Wachstum von Tumoren. Wenn die Balken nach unten zeigen, dann kam es zu einer Verbesserung. Und hier sieht man, dass es bei einem Teil der Patienten eine deutliche Verbesserung gegeben hat. Und immer dann, wenn ein roter Punkt dran ist, dann hat diese Verbesserung auch mehr als ein halbes Jahr angehalten. Sodass also hier zwar nicht bei allen Patienten mit solchen Pleomorphen Sarkomen, aber doch bei einem relevanten Teil der Verbesserung erzielt werden kann. Und in diesem Jahr ist auf dem amerikanischen Krebskongress jetzt eine Studie vorgestellt worden, wo Immuntherapie in Verbindung mit Strahlentherapie eingesetzt wurde, vor Operationen von Patienten mit undifferenzierten Sarkomen, um die Heilungsschance insgesamt zu verbessern. In der Klinik, die das durchgeführt hat, diese Studie, wurden Patienten vorher nur mit Strahlentherapie behandelt. Und das funktioniert auch bei einem Teil der Patienten. In Deutschland ist sicher der Standard, dass die meisten Patienten mit solchen Tumoren zusätzlich zur Strahlentherapie eine Chemotherapie bekommen. Aber in den USA ist es nicht überall Standard. Und in dieser Studie war es dann so, dass die Patienten, die zusätzlich zur Strahlentherapie eine Immuntherapie bekommen hatten, auch nach drei, vier Jahren eine höhere Chance hatten, dass es nicht zu einem Rückfall der Erkrankung gekommen ist, als die Patienten, die nur eine Strahlentherapie bekommen haben. Also immerhin waren hier zum Beispiel nach zwei Jahren noch drei Viertel der Patienten ohne Rückfall, wenn sie noch eine zusätzliche Immuntherapie hatten. Und wenn sie die nicht hatten, halt nur ungefähr 55 Prozent der Patienten. Sodass also das Prinzip auf jeden Fall wirksam ist und man aus dieser Studie sicher ableiten kann, dass wenn ein Patient zum Beispiel keine Chemotherapie bekommen kann und eine Operation geplant ist, dass man halt gucken muss, ob man eventuell eine Immuntherapie organisieren kann. Und für die nächsten Jahre ist sicher eine ganz spannende Frage, ob Immuntherapie zusätzlich zur Chemotherapie, wie es in Deutschland standardmäßig gemacht wird, die Prognose noch weiter verbessern kann. Also dass insgesamt halt einfach die Rate der Patienten, die schon bei der ersten Behandlung geheilt wird, halt eben natürlich möglichst hoch ist. Also wir wollen ja möglichst viele Patienten heilen in der Situation. Andere Ansätze, die jetzt diskutiert wurden auf dem Krebskongress war, dass halt eben die Immuntherapie vielleicht kombiniert werden muss mit verschiedenen Ansätzen, also mit Chemotherapie gleichzeitig oder mit sogenannten zielgerichteten Therapien oder mit anderen Ansätzen. Und eine ganz spannende neue Form der Immuntherapie, die halt auch denkbar ist, würde jetzt der Stefan Richter vorstellen, da in Dresden besonders viel Erfahrung damit existieren. Ich würde mal meinen Bildschirm stoppen und dann kann Stefan seinen Bildschirm freigeben. Jo, dann gebe ich mal frei. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt den richtigen kriege. Sieht man jetzt die ganze Präsentation oder diese Ansicht? Nee, es ist die Vorschau-Ansicht. Ja, genau, das ist halt das Problem. Ich muss nur eine Sekunde. Da müssen wir es vielleicht. Ich kriege das, das ist das Problem mit zwei Bildschirmen. Ich ziehe es mal rüber. Das tut mir jetzt kurz leid, das hätten wir mal vorher noch machen sollen. So, also jetzt dann kurz. So, jetzt, oder? Sieht man jetzt das Ganze? Nee. Auch nur die geteilte Version? Gut, dann machen wir es anders. Dann mache ich es vielleicht so. Dann ist es jetzt nicht groß, aber das ist schwierig. Das kriege ich sonst nicht anders hin wahrscheinlich. Der schmeißt mir immer nur... Ach Gott. Sorry. Aber ich mache es nochmal neu. Jetzt? Ja. Okay, genau. Das ist mit diesen zwei Bildschirmen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Gut, also Daniel, du hast es gesagt, Immuntherapie ist ja nicht nur Therapie mit Antikörpern, sondern das, was in den letzten Jahren zunehmend Eingang gefunden hat, auch in Studien und auch bei vielen anderen Entitäten, sind die sogenannten Immunzelltherapien, also dass man nicht Antikörper einsetzt, sondern mit Immunzellen sozusagen versucht, die Krebszellen zu bekämpfen. Und der Dr. Pink hatte ja gerade schon diese T-Zellen erwähnt und die spielen bei diesen ganzen Therapien eine Rolle. Das ist jetzt mal hier ein Bild, was sehr komplex aussieht. Ich würde Ihnen mal gern da mal durchhelfen. Es ist so, dieses Slide stellt halt sozusagen drei verschiedene Arten von Zelltherapien dar, die heute mit die größte Rolle spielen. Und zwar die erste Art ist die Therapie mit sogenannten tumorinfiltrierenden Lymphozyten, den sogenannten TILs, wie wir auch sagen, abgekürzt. Und letztlich handelt es sich dabei um die Abwehrzellen, die bereits in dem Tumor drin sind. Also das sind dann eben auch T-Zellen vor allen Dingen, die in dem Tumor drin sind und schon dort eigentlich die Abwehr des Immunsystems organisieren und gegen den Tumor kämpfen. Und da ist es so, dass wir wissen, dass wenn man diese, die da schon gegen den Tumor kämpfen, aus dem Patienten quasi, aus dem Tumor herausholt und die dann vermehrt, und die dann den Patienten zurückgibt, dass dann diese Immunantwort gegen den Krebs sozusagen deutlich verstärkt werden kann. Das ist ein Verfahren, was heute schon vor allen Dingen zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs eingesetzt wird. Bei Sarcomen sind diese Ansätze noch in den Kinderschulen. Und man muss halt mal schauen, ob das bei Sarcomen eben auch ähnlich funktionieren kann. Das ist bei Sarcomen halt leider einmal auch da ein bisschen schwieriger als bei anderen Erkrankungen. Also Tumor infiltrierende Lymphozyten. Die zweite Form ist, dass man an den Zellen, an den Immunzellen, an den sogenannten T-Zellen Veränderungen vornimmt, dass die Immunzellen sozusagen den Krebs, die Krebszelle besser erkennen und attackieren können. Und dazu entnimmt man Blut aus dem Patienten und isoliert daraus diese speziellen Immunzellen, diese T-Zellen, die eben dann gegen die Tumorzellen kämpfen sollen und verändert die etwas, nämlich die Oberflächeneiweiße, die quasi andocken und die Krebszellen erkennen, verändert die so, dass die das viel besser können, als es ohnehin machen. Und kann dort auch die so verändern, dass die gegen spezielle Ziele, die auf den Tumorzellen sind, gerichtet sind. Dann werden die nochmal vermehrt und dann werden die den Patienten zurückgegeben und wirken dann halt besser gegen die Tumorzelle, als es vorher der Fall war. Das ist eine Möglichkeit, die sogenannten T-Zell-Rezeptoren zu ändern. Deshalb T-Zell-Rezeptor modifizierte Zellen. Und dann gibt es noch eine Variante, das sind die sogenannten CAR-T-Zellen. Das ist ja eine Form von Zelltherapie, die vielleicht ja noch vor der meisten Erfahrung existiert, vor allen Dingen auch bei Blutkrebsarten und bei Lymphdrüsenkrebs. Dort verändert man auch diesen sogenannten T-Zell oder den T-Zell-Rezeptor, den Antigen-Rezeptor und macht das quasi komplett künstlich. Dadurch erzeugt man sozusagen einen Rezeptor, der dann bestimmte Ziele auf den Tumorzellen erkennt und diese dann besser attackieren kann. Und auch hier ist es so, dass die T-Zellen dann dem Patienten aus dem Blut heraus entnommen werden, dann isoliert werden, verändert werden und dann nochmal vermehrt werden und den Patienten dann wieder zurückgegeben werden. Also das sind die drei Formen von Zelltherapien, die heute eine Rolle spielen. Und eben ist es auch so, dass diese Zelltherapien Eingang finden in die Therapie auch von Sarkomen. Und ich sprach gerade von Zielen, die es dafür braucht. Die Ziele meint sozusagen, dass auf einer Krebszelle, und das sehen Sie hier in der Mitte dargestellt, ein bestimmtes Ziel, Eiweiß, auf der Oberfläche der Krebszelle ist, dass dann sozusagen der Immunzelle, der hier der T-Zelle, als sozusagen Angriffspunkt dient und dort dann als direkt koppeln kann an dieses Antigen oder an diesem Komplex, wo dieses Ziel halt präsentiert wird von der Krebszelle und dann die Krebszelle attackieren kann. Und hier gibt es ein Ziel, das nennt sich NY-ESO-Englisch, das besonders bei Synovial-Sarkomen und bei den sogenannten Myxoid-Rundzelligen-Liposarkomen eine Rolle spielt. Synovial-Sarkome, wissen wir, haben ungefähr 65 Prozent der Synovial-Sarkome, haben so ein Ziel Eiweiß auf der Oberfläche und beim Myxoid-Rundzelligen-Liposarkom ist es noch ein bisschen höher sogar, die Rate. Und wenn halt eine Zelle so ein Ziel hat, dann dient das eben als Angriff für solche Therapien. Und hier wurde auch beim ASCO nochmal eine Studie vorgestellt, die diesen Ansatz verfolgt. Und das hat allerdings immer noch eine zusätzliche Besonderheit, dass es nicht nur das Ziel auf der Krebszelle braucht, sondern dass es auch Gewebeeigenschaften des Patienten braucht, die bestimmte Eigenschaften haben müssen. Das sind die sogenannten HLA-Typen. Sie kennen vielleicht so Sachen, wenn jetzt ein Organ zum Beispiel transplantiert wird, dass dann das richtig passen muss. Dabei spielen solche sogenannten HLA-Typen eine Rolle. Und hier ist es quasi ähnlich. Also die Patientenzelle muss eine gewisse Eigenschaft haben, damit man diese Therapie hier in diesem Fall überhaupt machen kann. Aber wenn das Ziel und der HLA-Type sozusagen passen sind, dann können solche Therapien angewendet werden. Und dass die ganz gute Ergebnisse erzielen können, das wurde hier in dieser Studie gezeigt. Immerhin war das hier bei Patienten mit Synovial-Sarkom und eben diesen Myxoid-Rundzelligen-Liposarkom bei 40 Prozent der Patienten der Fall, die allesamt sehr vortherapiert waren. Also das heißt, bei 40 Prozent der Patienten ist der Tumor auch wirklich kleiner geworden. Und die Dauer des Ansprechens war im Mittel also für zehn Monate. Und das heißt, die Therapie hat im Mittel zehn Monate gewirkt, bevor die Erkrankung wieder vorangeschritten ist. Und das mit einer einzigen Therapie. Allerdings ist es so, dass die Therapien auch nicht ohne Nebenwirkungen sind, auch wenn es heißt Immuntherapie. Diese Immunzelltherapien machen vor allen Dingen Nebenwirkungen dadurch, dass sie das Immunsystem sehr, sehr stark aktivieren. Also eine quasi Überaktivitätsreaktion des Immunsystems produzieren. Und das war auch in dieser Studie der Fall bei fast 90 Prozent der Patienten. Jetzt ist das mit der Immunüberaktivierung so. Das kann natürlich sein, das geht vielleicht einher, nur mit so ähnlich wie Grippesymptomatik, also Fieber, Schüttelfrost. Es kann aber auch sein, dass es Kreislaufprobleme gibt und auch die Patienten quasi in der Tat schwere Kreislaufreaktionen haben. Und immerhin war es hier so, dass über die Hälfte der Patienten auch Medikamente wirklich brauchen dagegen, diese Immunreaktion wieder etwas zu bremsen. Allerdings eine, wie gesagt, gute Wirkung mit einer Therapie. Und die Zukunft wird da sicherlich noch mehrere Ergebnisse bringen hinsichtlich dieser Art der Therapien. Aktuell wird das nur in Studien gemacht. Und das muss man eben sehen, das ist eben nicht für alle Sarkom-Patienten. Ich habe Ihnen hier zwei Typen von Sarkom gezeigt, für die es eine Rolle spielt. Es ist auch nicht für alle Patienten mit gleichem Sarkom-Typ wirksam, weil man muss natürlich auch dieses entsprechende Ziel, müssen die Sarkom-Zellen tragen. Und das ist eben auch nicht bei allen Sarkomen, auch selbst wenn sie den gleichen Namen tragen, der Fall. Und es gibt natürlich auch teils starke Nebenwirkungen. Aber man muss sagen, dass es sicherlich für bestimmte Sarkom-Typen und Situationen zukünftig durchaus eine aussichtsreiche Therapie darstellt. Diese Therapien sind auch in weiteren Entwicklungen im Hinblick auf andere Sarkom-Typen und vor allen Dingen auch auf andere Ziele auf den Sarkom-Zellen. Es gibt diese TC-modifizierten Therapien, wie ich es gerade gezeigt habe, von diesen einen Oberflächenantigene zwischen in der Entwicklung für andere Ziele. Und es gibt auch in der Entwicklung sogenannte CAR-T-Zell-Therapien auch für bestimmte Ziele von einigen Sarkom-Typen. Also die Zukunft bleibt da sicherlich spannend und aussichtsreich für gewisse Sarkom-Typen und Patienten. So viel von mir vielleicht zur Immuntherapie, Zelltherapie. Und dann würde ich den Ball wieder zurück an Daniel geben. Ja, vielen Dank. Und zwar, wenn mein Bildschirm wieder zu sehen ist, würde ich jetzt dann über den zweiten großen Forschungsansatz sprechen, der halt bei vielen Erkrankungen in den letzten Jahren zu großen Durchbrüchen geführt hat, auch bei einigen Sarkom-Arten und wo sich auch jetzt aktuell wieder interessante neue Entwicklungen ergeben. Das sind die zielgerichteten Therapien. Um die noch ein bisschen genauer zu erklären, möchte ich auch wieder ein bisschen ausholen und kurz das Prinzip erklären, worauf die basieren. Und zwar ist es so, dass die Krebsentstehung selbst ganz eng... Herr Dr. Pink, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber wir sehen Ihren Bildschirm noch nicht. Sollten wir den sehen? Ja, warten Sie mal. Jetzt? Jetzt, vielen Dank. Wunderbar, danke schön für den Hinweis. Okay, ja, also wir sehen jetzt hier eine gesunde Körperzelle. Und da ist es so, dass durch alle möglichen Faktoren, durch zelleigene Fehler, aber auch vor allem durch äußere Einflüsse, durch Alterung, genetische Veränderungen entstehen können, also Mutationen. Und daraus entstehen dann sogenannte Krebsvorlauferzellen. Und wenn da weitere äußere Einflüsse stattfinden, weitere Mutationen dazukommen, dann wird daraus eine Krebszelle, die letztendlich unkontrolliert wächst und woraus ein bösartiger Tumor entsteht. Und die Mutationen, diese genetischen Veränderungen, die setzen an bestimmten Eiweißen an, die halt für das Zellwachstum besonders wichtig sind. Und da sind insbesondere wichtig die sogenannten Rezeptoren. Rezeptoren sind Eiweiße an der Zelloberfläche, die also alle gesunden Zellen haben. Und diese Rezeptoren sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Man sieht hier also mal Beispiele zwei Rezeptoren. Die haben immer einen Anteil, der außerhalb der Zelle gelegen ist und einen Anteil, der innerhalb der Zelle gelegen ist. Und der Anteil, der außerhalb der Zelle gelegen ist, ist unterschiedlich geformt. Und hier können Botenstoffe an die Rezeptoren andocken, die aber genau zu dem Rezeptor passen müssen. Also wie ein Schlüssel zu einem Schloss müssen die Botenstoffe zu den Rezeptoren passen, damit der Rezeptor aktiviert wird. Und hier mal ist das Beispiel eines sogenannten C-Kit-Rezeptors genannt, weil der für eine Erkrankung, über die wir gleich sprechen werden, besonders wichtig ist. Und man sieht hier, dass wenn der Botenstoff an den C-Kit-Rezeptor bindet, also dieser Botenstoff ist hier in der Mitte dargestellt, diese orange Form, dann kommt es in der Zelle dazu, dass ein bestimmter Energieträger, der ATP heißt, an den inneren Teil des Rezeptors bindet. Und dadurch werden weitere Eiweiße in der Zelle dann aktiviert und dazu gebracht, in den Zellkern zu gehen und dort über eine sogenannte Signalkaskade, zum Beispiel die Vermehrung von Zellen anzustoßen. Also das ist etwas, was in jeder gesunden Körperzelle ständig stattfindet, dass Botenstoffe an Rezeptoren binden und dadurch halt eben die Zellen reguliert werden. Wenn jetzt aber so ein Rezeptor mutiert ist und er eine genetische Veränderung hat, dann ist es so, dass der manchmal ständig aktiv ist, auch wenn der Botenstoff gar nicht anbindet. Und das ist der Grund, warum dann halt eben Tumoren entstehen. Und für ganz viele Tumoren sind inzwischen Mutationen gefunden worden, wo die entscheidend für die Entstehung dieser Erkrankung jeweils sind und wo halt eigentlich dann häufig nur ein Rezeptor verändert ist, der dann aber halt eben ständig aktiv ist, auch wenn er gar nicht aktiv sein sollte. Und wenn jetzt dann ein Medikament erfunden wird, was dann spezifisch wiederum diesen Rezeptor hemmt, hier wäre mal das Beispiel für den C-Kit-Rezeptor, das Medikament Imatinib, dann kann ganz gezielt dieser ständig funktionierende Rezeptor wieder ausgeschaltet werden und damit das Prinzip, was zu der Entstehung der Krebserkrankung geführt hat, abgeschaltet werden und die Tumorzelle stirbt ab. Und das ist also eine ganz spezifische, zielgerichtete Wirkung, ganz anders als Chemotherapie zum Beispiel, die ungezielt einfach alle sich teilenden Gewebe angreift und damit halt eben ganz unspezifisch wirkt. Und das ist also eine maßgeschneiderte Therapie, die hoch wirksam ist für die einzelne Erkrankung, für die quasi dann die zielgerichtete Therapie erfunden wurde. Andererseits ist es so, dass diese zielgerichtete Therapie dann halt eben aber auch nur bei dieser Erkrankung hilft und bei anderen Erkrankungen mit anderen Mutationen halt eben nicht hilft. Und da ist es so, dass ich glaube, Stefan, wir wollten uns jetzt, jetzt wolltest du ein bisschen was über GIST erzählen, denn ich hatte ja als Beispiel jetzt den C-Kit-Rezeptor und das Imatinib gebracht. Und hier gab es einige neue Entwicklungen, die für GIST-Patienten vielleicht ganz interessant sind und über die Stefan jetzt dann reden würde. Und danach steige ich dann wieder mit anderen Erkrankungen ein. Ich muss bloß kurz die Freigabe stoppen. Genau, also ich werde dann jetzt weitermachen dann mit quasi der, ja muss man ja sagen, fast Parade Erkrankung für zielgerichtete Therapien. Und das ist der GIST. Und hier, ja, ist es so, dass GIST sozusagen steht für gastrointestinaler Stromatumore. Also wir Ärzte lieben ja Abkürzungen, ja, deshalb GIST. Und das ist eine Erkrankung, bei der handelt es sich um entartete, sehr spezielle Zellen, die im gesamten Magen-Darm-Trakt auftreten können. Und zwar muss man sagen, von der Speiseröhre bis zum Enddarm. In unterschiedlicher Häufigkeit, am häufigsten im Magen, dann gefreut von Dünndarm, aber auch dem Dickdarm, dem sogenannten Kolon und bis zum Enddarm oder auch mit geringerer Häufigkeit in der Speiseröhre. Das ist eine sehr seltene Erkrankung. Da haben wir so 10 bis 15 Neuerkrankungen pro eine Million Einwohner. Das typische Alter ist so über 60 bis 70. Und es ist zwischen Männern und Frauen gleich verteilt. Wenn man diese Tumore initial an einem Organ hat, Magen oder Dünndarm beispielsweise, dann ist das primär der Therapie, dass man diese Tumore operiert. Und das aber auch teilweise vor oder nach einer Operation auch noch mit so einer Tablettentherapie, wie Daniel sie angesprochen hatte, zum Beispiel Imatinib, dann kombiniert. Insgesamt gibt es bei dieser Erkrankung, wenn man sie operieren kann, auch sehr gute Heilungschancen und eben auch sehr gute Behandlungsmöglichkeiten mit dieser Art von zielgerichteten Therapien, wie zum Beispiel dem Imatinib. Und wenn jetzt eine Erkrankung leider vielleicht dann doch, also Streuherde, sprich Metastasen gebildet hat, dann setzen wir vor allen Dingen auf diese zielgerichteten Therapien, die quasi eine Blockade dieser Signalkaskaden, dieser Signalwege vornehmen. Und die haben halt so einen speziellen Namen, so Tyrosin-Kinase-Inhibitoren oder TKI, kürzen wir die ab. Das steht dann manchmal auch irgendwo in der Zeitung. Und da gibt es beim GIST heutzutage vier Medikamente, die dort Einsatz finden. Also das ist Imatinib, was der Dr. Pink gerade gesagt hat. Und in weiteren Folgen, wenn das eine dann nicht mehr so gut wirkt, gibt es weiter folgende Therapien, die hier mal kurz genannt sind. Und letztlich ist die Herausforderung bei diesen Erkrankungen aber, dass es so ist, dass nicht jedes Medikament bei allen Mutationen, bei allen speziellen Veränderungen dieser sogenannten Rezeptoren wirkt. Weil diese Rezeptoren können an verschiedenen Stellen Mutationen haben und nicht jedes Medikament ist halt für jede Stelle gleich wirksam. Und es kommt auch im Verlauf zur Resistenzentwicklung durch Mutationen, die diese Tumorzellen dann erst entwickeln, sodass das Medikament, was man gegen sie einsetzt, plötzlich eben dann nicht mehr hilft und man halt andere Medikamente braucht. Wie können wir diese beiden Probleme angehen? Also der Wunsch ist natürlich, dass man effektivere Medikamente hat, die dann natürlich auf mehr, ein breiteres Wirkspektrum haben, auf mehrere solcher Veränderungen, die so eine Tumorzelle im Verlauf entwickelt, dann also gleichzeitig wirken. Und was man auch einsetzen kann, ist natürlich eine Kombination von verschiedenen Medikamenten, die dann eben das eine Medikament, das eine Wirkspektrum hat und das andere Medikament, das andere. Also ähnlich, wie man es zum Beispiel über Bakterien macht mit Kombination von Antibiotika. Und da gibt es jetzt beim ASCO, waren so zwei Entwicklungen, muss man sagen, die vielleicht dann doch auch in die Welt der Behandlung dann auch Einklang finden oder Eingang finden werden. Zwei neue Sternchen am Gisthimmel, will ich sie vielleicht nennen. Das eine ist das sogenannte IDRX4-2, das hat noch gar keinen so richtigen Namen. Und das andere ist ein Medikament, das heißt Bezuclastinib. Sie sehen, also die Medikamente heißen immer irgendwie NIP am Ende. Und da zu diesem IDRX4-2 gab es eine sehr frühe Phase der Studien, also eine sogenannte Phase-1-Studie, die präsentiert wurde, hier Ergebnisse. Und dieses IDRX ist halt ein Medikament, was sehr hoch wirksam ist, eben gegen verschiedene Veränderungen an diesem sogenannten C-Kilt-Rezeptor, wie es Herr Pink gerade gezeigt hat. Und diese Veränderungen, die nennt man dann so, also die Bereiche, wo es dann solche Veränderungen gibt, die nennt man Exone und die haben dann alle so Nummern. 9, 11, 13, 17 sehen Sie hier. Und das sind halt vier gleichzeitig, gegen die dieses Medikament eine hohe Wirksamkeit hat, während es manche anderen Medikamente eine nicht so hohe Wirksamkeit gegen gleich vier verschiedene Veränderungen haben. Hier wurde halt, wie gesagt, eine sehr frühe Phase der Studie, wenig Patienten. Und die waren auch alle zum Großteil vorbehandelt. Sie sehen es hier, also 50 von diesen 74 Patienten haben drei Linien, also schon größer, also mehr als drei verschiedene Therapien, Tablettentherapien hinter sich gehabt und haben dann dieses Medikament gekriegt. Und hier sehen Sie auch nochmal so ein Balkendiagramm. Herr Pink hatte das vorhin auch schon gezeigt, also die Balken, die nach unten gehen, das ist quasi alles eine Wirkung des Medikaments hier in unterschiedlichen Dosierungen, weil man in der frühen Phase von so Studien auch immer verschiedene Dosierungen sozusagen untersucht. Und Sie sehen halt, dass hier ganz viele Balken nach unten gehen, also viel mehr, als das vorhin da bei dieser Immuntherapie gezeigt wurde. Hier sieht man halt, dass nahezu alle Patienten halt irgendwie davon profitieren oder der Tumor ein bisschen oder sogar viel, viel kleiner geworden ist, sodass man hier von einer sehr guten Wirkung dieses Medikaments sprechen kann. Diese Studie in dieser frühen Phase ist immer noch offen in zwei Zentren in Deutschland, in Berlin und in Essen. Ja, die Herausforderung bei diesen Studien ist nur folgende, dass es halt immer nur ganz wenige Patienten gibt, die überhaupt untersucht werden können in diesen Studien, sodass es halt nicht so ist, dass jeder Patient jetzt dort in so eine Studie kann, weil nur ganz geringe Patienten immer in unterschiedlichen Dosierungen der Medikamente sozusagen untersucht werden. Aber weiterhin noch offen die Studie. So, dann gibt es quasi der zweite Stern am Gisthimmel, das B zu Clastinib. Auch hier wurden halt Daten präsentiert zu diesem Medikament in der Kombination mit Sunitinib. Also ein Medikament, was wir schon bei dieser Erkrankung ohnehin einsetzen. Und hier setzt man halt auf den Ansatz der Kombination von Wirkung. Und Sie sehen hier mal, die Zahlen hatte ich vorhin gesagt, Sie kennen es ja schon, 9, 11, 13. Das sind quasi die verschiedenen Veränderungen hier oben. Und die Häkchen stehen jeweils für die Wirksamkeit des Medikaments bei dieser Veränderung. Und wir wissen halt, dass es halt eben Tumorzellen gibt, die halt mehrere Veränderungen gleichzeitig haben können oder eben auch in der Zeit entwickeln. Und da ist es so, dass Sie hier sehen, dass halt Sunitinib zum Beispiel eben bei hier hinten bei 17 und 18 nicht wirkt, aber das B zu Clastinib schon. Und wenn man jetzt beides miteinander kombiniert, dann sehen Sie plötzlich, dass halt eine Wirksamkeit gegen alle, diese Veränderungen hier oben da ist. Deshalb der Ansatz der Kombination. Und da ist es so, dass hier auch gezeigt werden konnte, auch wurden zunächst frühe, also Daten der frühen Phasen von Studien präsentiert, dass diese Kombination eine hohe Effektivität hat in der Wirkung gegen die Tumorzellen. und dass die, also die Toxizität, sprich die Nebenwirkungen auch nicht wirklich schlechter sind, als bei dem Sunitinib alleine, was wir schon kennen und was die Patienten ohnehin schon bekommen. Es ist so, dass es hierzu auch eine Studie gibt, also so eine sogenannte Phase-3-Studie, also eine Studie, wo ganz viele Patienten dann diese Medikamentenkombination bekommen, die hier sozusagen untersucht wird in der Kombination zufällig verteilt gegen halt das Sunitinib alleine. Und diese Studie ist halt in Berlin und in Batsaro weiterhin noch offen. Aber Daniel, ich glaube, die ist noch offen. Ja, also wir behandeln noch Patienten in der Studie, aber es können jetzt keine weiteren Patienten mehr aufgenommen werden, weil das ist eine Studie, die weltweit Patienten eingeschlossen hat und wo jetzt quasi so viele Patienten eingeschlossen wurden, wie es als Ziel vorgesehen war. Genau. Aber deine Erfahrung hinsichtlich der Verträglichkeit der Kombination ist so, wie ich es eigentlich gesagt habe, oder? Genau. Also es ist so, dass dann großer Optimismus herrscht, dass für GIST-Patienten damit ein neuer Durchbruch erreicht werden kann. Also vielleicht sogar mit beiden Ansätzen, was ganz toll wäre, weil in den letzten Jahren jetzt keine neuen Medikamente dazugekommen sind und wir hoffen natürlich, dass halt damit doch nochmal halt ein größerer Teil der Patienten auch ganz langfristig eine Erkrankungskontrolle erreichen. Genau. Und ich denke, die Beispiele, die die Kollegen gebracht haben, auch beim Kongress, auch zu dem IDX 4.2, muss man sagen, dass da auch viele Patienten dabei waren, die wirklich mehr, ja, sechs verschiedene Medikamente hatten und auch unter dem Medikament dann halt auch noch deutlich angesprochen haben und auch relativ schnell sogar, sodass da viel Hoffnung drin ist von uns natürlich auch und eben für die Patienten dann doch eine bessere Therapie zu haben. Genau. Also das zu diesen beiden, ja, neuen Sternchen am Gisthimmel. Und dann jetzt der Ball zu dir zurück, zu den anderen besonderen Tumoren. Ich hoffe, dass die Präsentation wieder zu sehen ist, ja. Und zwar ist es so, dass wir leider für viele Sakromarten noch keine zielgerichteten Therapien haben, die jetzt wirklich eine sehr hohe Wirksamkeit, eine sehr hohe langfristige Wirksamkeit haben. Aber es gibt zwei Erkrankungen, wo sich doch in den letzten Jahren was getan hat. Und die möchte ich hier kurz vorstellen. Das eine ist die Desmoid-Phibomatose. Das ist ein Weichgewebstumor, der eigentlich als ein quasi noch gutartiger Tumor gilt, weil er nicht in den Körper hinein streut, aber der schon sehr aggressiv und zerstörend wachsen kann. Das ist ein Tumor, der erstaunlicherweise auch ohne Behandlung manchmal, wenn er gewachsen hat, auch wieder zum Stillstand kommen kann oder sich von alleine sogar zurückbilden kann, sodass also, wenn man so einen Tumor diagnostiziert, doch bei einem relevanten Teil der Patienten man erst mal sagt, lass uns mal abwarten, ob der sich von allein wieder zurückbildet. Aber gerade wenn Patienten halt eben dann doch Beschwerden entwickeln und das passiert bei einem relevanten Teil der Patienten, dann muss man halt eben über eine Behandlung nachdenken. Und da sind in den letzten Jahren die medikamentösen Therapien halt immer wichtiger geworden. Und ein ganz besonderer Durchbruch ist ein neues Medikament, welches Nirogazistat heißt. Das ist vor zwei Jahren vorgestellt worden auf dem Europäischen Krebskongress. Das ist gegeben worden in einer Studie, wo ein Teil der Patienten eine Placebotherapie bekommen hat und ein Teil der Patienten hat dieses neue Medikament Nirogazistat bekommen. Und man sieht hier wieder in diesem Diagramm, wie wir es eben schon ein paar Mal hatten, auf der linken Seite ist das Medikament des Nirogazistat, die blauen Balken, das ein ganz, ganz großer Teil der Patienten eine ganz deutliche Schrumpfung ihres Tumors erlebt hat unter der Therapie und das halt doch bei fast allen Patienten diese Therapie gewirkt hat, dabei halt eben aber auch insgesamt recht gut verträglich ist. Und das ist auch etwas, was halt auch ganz langfristig funktioniert. Also wir gehen davon aus, dass wenn man einmal einen Stillstand erreicht, dann ist dieser Stillstand halt eben bei ganz vielen Patienten auch anhaltend, also hier bei 80 Prozent der Patienten auch anhaltend, sodass das für die Patienten doch eine sehr deutliche Verbesserung darstellen kann. Das Medikament ist in den USA bereits zugelassen, in Deutschland über ein Härtefallprogramm verfügbar und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch in absehbarer Zeit zugelassen werden, wäre dann die erste Therapie, die für die Behandlung dieser Erkrankung zugelassen ist. Also das ist wirklich ein echter Durchbruch. Und hier sind auf dem amerikanischen Krebskongress jetzt aktuell noch verschiedene Studien gezeigt worden, wo Analysen gemacht wurden, ob das wirklich in allen Risikogruppen funktioniert. Und man hat gesehen, ja, das funktioniert, egal ob der Tumor groß oder klein ist, funktioniert, egal welche Mutation in dem Tumor vorhanden ist. Und was ganz wichtig war auch, ist, dass es nicht bei allen Patienten gleich zu einer Schrumpfung des Tumors kommt, aber bei fast allen Patienten ist es schon relativ rasch nach Beginn der Therapie zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Symptome gekommen, sodass halt fast alle Patienten, die vor der Therapie Beschwerden hatten, nach relativ kurzer Zeit weitgehend beschwerdefrei waren. Also das ist ein wirklich toller Durchbruch. Eine Studie, die auf dem ASCO dieses Jahr gezeigt wurde, ist bei einer weiteren Erkrankung, die auch wieder eigentlich eher in den Bereich der gutartigen Weichgewebstumoren fällt. Das ist der sogenannte tenosynoviale Riesenzelltumor. Das sind Tumoren, die insbesondere im Bereich der Gelenke und Sehnenscheiden wachsen und dort zu erheblichen Beschwerden führen können. Also zu Schmerzen, Schwellungen, Funktionseinschränkungen, wenn die Extremität nicht mehr gut funktioniert. Und bei den meisten Patienten ist es so, dass hier die Operation zurzeit eigentlich so die größte Rolle spielt, weil man so einen Tumor gut operieren kann. Aber bei einem Teil der Patienten sind Operationen entweder nicht oder nicht mehr möglich, wenn es zu Rückfällen kommt. Und dann waren bisher die Therapiemöglichkeiten nicht sehr gut. Und hier wurde jetzt auf dem diesjährigen amerikanischen Krebskongress eine Studie vorgestellt mit dem neuen Medikament Vimseltinib. Da ist es so, dass halt eben ebenfalls ein Teil der Patienten dieses Medikament und ein Teil der Patienten Placebo bekommen hat. Und man sieht hier auf der linken Seite sind die Patienten, die das Medikament gekriegt haben, dass wiederum fast alle Patienten ganz tolles Ansprechen hatten, dass es zu einer deutlichen Verbesserung der Symptome, zu einer sehr guten Schrumpfung gekommen ist, was unter Placebo halt nicht aufgetreten ist. Das Medikament war auch ziemlich gut verträglich, sodass hier die Erwartungshaltung ist, dass das hoffentlich dann auch in Deutschland demnächst eine Zulassung bekommen wird und dann halt eben auch das erste Medikament sein wird, was in Deutschland für die Behandlung dieser Gruppe von Tumoren dann halt vorhanden sein wird. Also man sieht schon, dass halt sowohl auf dem Weg der Immuntherapien als auch auf dem Weg der zielgerichteten Therapien schrittweise Durchbrüche kommen, nicht in der Schnelligkeit und nicht bei so vielen Erkrankten, wie wir uns das wünschen, aber es gibt halt einen stetigen Fortschritt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Desmitfibromatose hat, die halt Beschwerden macht, ist es aber so, dass man nicht nur medikamentöse Therapien einsetzen kann, sondern dass halt auch noch andere Therapieoptionen existieren, wo wir auch noch mal eine dieser Therapieoptionen kurz vorstellen wollen, die zum Beispiel in Dresden eingesetzt wird. Und das wird Stefan Richter noch mal kurz zeigen. Ja, dann mache ich mal weiter. Genau, und das Stichwort der Therapie ist die sogenannte Kryotherapie. Kryo heißt kalt. Das heißt, wir wissen, dass wir auch bei anderen Erkrankungen inzwischen ja auch Wärme einsetzen, Hyperthermie in Kombination mit Chemotherapie oder auch Metastasen sozusagen, wo wir halt Metastasen im wahrsten Sinne des Wortes fast verkochen zum Beispiel. Und diese Kryotherapie meint halt, dass man Tumore oder auch Metastasen mit Kälte behandelt. Und da ist es so, dass wir, hoppala, jetzt ist es hier, genau. Da ist es so, dass wir, ja, dass es da Methoden gibt, indem man Argon, ein Gas sozusagen, benutzt, was dann sozusagen eine Kälte, wenn es austritt, eine Kältereaktion macht und damit dann mit gewissen Nadeln kann das dann eingebracht werden in die Tumore, die unterschiedliche Länge haben und für unterschiedliche Größe funktionieren. Und dann ist es so, dass man in der Tat, und so muss man sich das vorstellen, hier vorne an der Nadel sozusagen dann dieses Gas austritt und dann halt dort Kälte sozusagen eingeführt wird in den Tumor selbst. Und wer Polarforscher, Abenteuerromane gelesen hat, weiß, dass Kälte eben auch abtöten kann und eben nicht nur Zähnen, sondern eben auch Tumorzellen und Metastasen und Tumore. Und das ist ein Verfahren, was jetzt ja noch gar nicht so weit in Verbreitung ist. Und das wird halt von dann Radiologen gemacht und das wird CT-gestützt gemacht. Sie kennen vielleicht alle auch so CT-gestützte Punktionen, wo man ja auch mit dem CT eine Aufnahme macht und dort eine Nadel einbringt in die Tumor gezielgerichtet. Und hier ist es halt so, dass man dann diese Sonden, wo dann halt diese Kälte appliziert wird, in den Tumor direkt einbringt. Und da kann man auch mehrere Sonden nehmen, nicht nur eine, sondern auch zwei und vielleicht auch mehrere. Und das halt für verschiedene Größen von Tumoren auch anwenden. Und hier sieht man mal die Beispiele von einer Patientin, die das am Hals hatte, eben dann so ein Desmoid-Tumor, bei der wir das hier gemacht haben. Und letztlich ist es so, dass man sieht, das ist hier der Tumor mal in diesem MRT-Bild, so wie er aussah vor dieser Kryotherapie. Und das ist sozusagen drei Monate nach der Kryotherapie. Und der Unterschied, den Sie hier sehen, ist, hier ist alles weiß und hier ist das, was weiß war, jetzt hier nur noch so grau. Und das hier drin, was hier grau ist, ist aufgelöster Tumor. Das ist sozusagen kein lebendiger Tumor mehr. Das ist toter Tumor. Und im Verlauf dieser Patienten ist es dann so auch, dass nach drei Monaten das halt alles weich geworden ist, die Patientin auch keine Beschwerden mehr hatte hinsichtlich des Tumors. Und inzwischen ist der Tumor auch wesentlich kleiner geworden. Also Kryotherapie als eine Form der Lokaltherapie von Desmoiden, wo man eben vielleicht eben dann doch auch, ja eben auch keine Tablette braucht, die man halt nehmen muss für längere Zeit, sondern wo man halt durch eine einmalige Therapie dann eben auch Ergebnisse erzielen kann, die dann halt zur Schrumpfung dieser Desmoid-Tumoren führt. Wichtig ist nur zu wissen auch, dass halt das halt auch nicht in allen Regionen geht und nicht in allen Situationen. Und man muss das halt in der Tat prüfen, gemeinsam mit den Radiologen, die dann solche Erfahrungen mit diesem Verfahren haben, ob dann für die eine oder andere Situation eben diese Therapie überhaupt möglich ist oder sinnvoll möglich ist. Ja, aber dennoch, Daniel, würde ich deinen Ausblick teilen. Also ich denke, auch wenn wir nicht immer Durchbrüche haben bei jedem ASCO, muss man sagen, es geht immer irgendwie vorwärts. Und der Ausblick ist eigentlich immer, ja auch ein bisschen besser als im Vorjahr. Und ich denke, hinterm Horizont geht es immer weiter bei SACOM. Und das ist halt das Schöne, dass wir doch auch eine Entwicklung sehen. Und ich glaube, auch wenn wir manchmal neidisch auf andere Kollegen gucken, bei Lungenkarzinomen oder Nilenzerkarzinomen mit toller Immuntherapie etc., muss man auch immer sagen, wir behandeln, glaube ich, auch 100 Erkrankungen mit einem Mal. Und haben 100 verschiedene Erkrankungen. Und da gibt es halt manchmal eben auch sehr seltene und viele kleine Schritte. Aber es gibt Schritte, die vorwärts gehen. So würde ich es vielleicht sagen, oder? Ja, dem kann ich mir nur anschließen. Ja, also wir haben jetzt natürlich die Zeit ein bisschen überzogen. Aber andererseits haben wir uns gedacht, dass es vielleicht, da ja hier Patientinnen und Patienten mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen teilnehmen, es vielleicht ganz wichtig ist, auch mal das gesamte Spektrum der Forschung darzustellen. Weil, wie gesagt, nicht für jeden SACOM-Subtyp wird die Immuntherapie oder die zielgerichtete Therapie oder andere Ansätze jeweils das Richtige sein. Sondern wir werden viel mehr in Richtung individualisierter Therapiekonzepte gehen. Und da ist es toll, dass es jetzt diese Forschung gibt. Ich glaube, es gibt die Fortschritte. Und das wollten wir Ihnen mal ein bisschen erklären. Ich hoffe, dass also auch die Überziehung der Zeit dann sich trotzdem für Sie ein bisschen gelohnt hat. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und mir auch vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Pink und Herr Dr. Richter für den spannenden Überblick und wirklich die interessanten Einblicke, die Sie vom ASCO mitgebracht haben.